Was aussieht wie ein Weingut in der französischen Provence oder ein Landstrich in der Toskana, ist in Wahrheit das idyllische Stift Tallern in Gumpelskirchen, mitten in Niederösterreich. Dort wurde mit viel Tamtam die erste Gebiet-Vinothek der Region eröffnet. Pünktlich, 10 Uhr Vormittag, öffnete das Stift Tallern seine frisch renovierten Tore für knapp 3000 Besucher und die heimische Prominenz. Landeshauptmann Erwin Pröll ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit dem Gumpelskirchener Bürgermeister Ferdinand Köck in einem weinlaunigen Zeremoniell ein Loblied auf die vier Pächter von Tallern zu halten. Starköche wie Heinz Hanner und Kim von Kim Kocht waren ebenso mit von der Partie wie zahlreiche Politiker und andere Prominente. Das Team um Top-Winzer Erich Polz hat hier Großartiges geleistet. Das ist eine besondere Aufgabe, denn eine Gebiet-Vinothek hat eine große Verantwortung. Wir haben hier etablierte Winzer, aber auch die guten Kulinarik-Produkte und vor allem auch die wirklichen tollen Produkte von Jungwinzern, von Newcomern. Also man kann zeigen, wie dynamisch die Region sich entwickelt. Moderatorin Barbara Karlich durfte durchs weinlaunige Programm führen und Abt Maximilian gab nicht nur seinen Segen, sondern wusste auch um eine gute Zukunft des Weingutes unter der Führung von Erich Polz. Der international anerkannte Weinexperte und Mitpächter Willi Balanyuk bezeichnete das Projekt als etwas Einzigartiges und von dem besonderen Ort, der für ihn eine eigene Kraft und Aura beherbergt. Es gibt hier eine ganz, ganz große Anzahl von Spitzenweinern, die allerdings sozusagen jeder für sich einfach ihr Geschäft machen. Und ich glaube, Qualität wird auch nur dann wahrgenommen, wenn sie an einem Standort gemeinsam auch auftritt. Sprecher und Befürworter der Region und des Stifts Tallern, darunter der Geschäftsführer des Klostergasthauses Tallern, Florian Fritz, Vorstandsdirektor Günther Bergauer von Schellhammer & Schatterer, ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger und natürlich Landeshauptmann Erwin Pröll brachten es auf einen gemeinsamen Nenner. Das Zusammenspiel von Wein und Essen soll auch die touristische Attraktion des Ortes unterstreichen, wobei die Magie des Ortes absolut im Vordergrund steht. Dieser ganze Ort hat für mich etwas Mystisches. Wenn man durch diesen Viadukt durchfährt, also davor sieht man ja nichts. Man fährt diese kleine Straße entlang und dann ist dieser Torbogen, also Viadukt, da fährt man durch und man ist in einer neuen Welt. Und es hat so etwas Altes, Mystisches, Verzaubertes. Die vier Pächter des Stifts Tallern Karl Alpert, Leo Aumann, Erich Polz und Willi Balanyuk haben für die Region Großes geleistet, ebenso wie Florent Fritz, Geschäftsführer des Klostergasthauses Tallern. Also Backhändelstation kann und will man sich heute nicht wegdenken. Wir haben natürlich das Sortiment ein bisschen erweitert und ein bisschen was anderes gemacht, aber das Backhändel ist Thema Nummer eins und wir haben hier die regionale Rebsorte Rotgipfler und ich sage immer, Rotgipfler ist der perfekte Wein zum Backhändel und nachdem wir einen guten Rotgipfler hier produzieren dürfen, dann machen wir auch ein gutes Backhändel dazu und das passt im Wirtshaus perfekt zusammen. Mit viel Liebe wurde das Stift hier renoviert, Raritäten und Antiquitäten aufgearbeitet, anstatt diese zu ersetzen. Aus den alten Räumlichkeiten wurden Luxussuiten, Seminarräume und eine Gebietsvinothek, ohne aber den Charme der alten Gebäude zu verlieren. Landeshauptmann Pröll brachte es auf den Punkt. Der Wein ist eines der höchsten Kulturprodukte. Diese Region war bisher die einzige, die keine Gebietsvinothek hatte und deshalb ist das ein unglaublicher Schritt nach vorne und ein vielversprechender Schritt in die Zukunft. Talern ist ein bodenständiges, dynamisches und zukunftsträchtiges Projekt.